Hallo ihr Lieben! Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video! Jawohl! Und zwar geht es diesmal hier rum. Wir haben nämlich etwas ganz Spezielles, Neues in unserem Online-Shop. Und hoffentlich gefällt es euch natürlich. Genau, es geht darum! Das ist ziemlich cool, oder? Nein, darum geht es. Es geht um diese handgeschriebenen Songtexte und wir wollen euch zeigen, wie wir die herstellen für euch. Viel Spaß! Und los geht's! Ihr seht, es dauert nur 10 Sekunden, bis das runtergeschrieben ist. Ab jetzt steige ich auch ins Geschehen mit ein und darf unser Moonsun-Siegel anbringen. Dafür brauchen wir einmal hier das Siegel, ein bisschen Wachs und ein Feuerzeug. Ich habe immer nur eine Chance dafür und ich hoffe, es funktioniert. Also drückt mir die Daumen. Let's, let's. Falsch, oh! Man sieht, ich bin schon Profi. Und jetzt kommt das Siegel drauf. Stehen lassen. Abkühlen lassen. Dann einfach abziehen. Und schon ist es fertig. Jetzt komme ich, der kleine Feuertöpfel. Und darf dem Ganzen noch ein Berg, beziehungsweise Just Look verpassen. Dieser Text kommt jetzt in einen von diesen drei Vintage-Rahmen rein. Ich habe mich jetzt einfach mal für den da entschieden. Und auf der Rückseite wird jetzt noch das Datum 2019. Die Seriennummer. Die ist jetzt bei 007. James Bond. Und eine Widmung natürlich für, und das ist jetzt die Frage. Vielleicht steht da euer Name demnächst. Zum Abschluss wird das Werk jetzt noch sicher befragt, dass es auch heile bei euch ankommt. So, natürlich. So. Jetzt kommt noch unser Blümchen drauf. Und dann ist es schon fertig zum Verschicktwerden. Jetzt bringen wir das Ganze hier zur Post und dann ist es schon bald bei euch. Genau, wir hoffen, euch hat unser kleiner Einblick gefallen und wünschen euch noch eine schöne Winterzeit, Sommerzeit, je nachdem, wo ihr gerade seid. Macht's gut. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018